Händler umbringen, Räuberlager. Wir gehen natürlich erst ins Räuberlager. Wir wollen nichts kaufen. Wir brauchen eine Information. Informationen geben wir umsonst. Welcher Palast? Welcher verfluchte Palast? Warum so neugierig, kleines Männlein? Männlein? Sieh deine Waffe, Großling. Verdammt, haben wir jetzt die Gelegenheit verpasst zu fragen? Das wäre blöd. Auch wenn die nicht viel drauf haben. Mäh. Joa, was machen wir mit ihm? Boah, das kostet so viele Zauberpunkte, ne? So ein Zauber der zweiten Stufe. Den kann ich gar nicht angreifen. Ich hoffe, wir können gleich noch ausfragen. Das ist uns echt scheiße. Doch. Wir müssen mal irgendwas gucken. Wir haben nämlich hier eine ganze Menge Zauberer. Äh, Zauber. Mit der Wand. Rüstungsschutz. Das können wir nämlich auch mal machen. Heilen haben wir schon drin. Hebt aktuelle Wirkung von Verzauberung auf. Und hier haben wir noch Gliederschmerzen. Ich ziehe die erstmal alle da rein. Äh, wenn wir irgendwann mehr Zauber haben, als wir haben können. Und dann lassen wir das Ganze nämlich. Der Gegner wird geschwächt. Verzauberung. Verzauberung. Mit dem Rüstungsschutz. Wand, 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 bla bla. Wen haben wir? Ah, das war ja Zauberan, genau. Vier. So, chillig. Gibt so wenig AP immer. Oh, wir haben einen Haufen Pfeile. Hm. Ähm. Pass auf, ich speichere einmal unter dem hier. Und dann lade ich den hier. Ich hoffe, das ist nicht im Kampf, sondern vor dem Kampf. Dann müssen wir vielleicht den letzten Kampf laden. Ach, scheiße. Naja, komm. Das wird so alles nichts. Schade. Jetzt müssen wir einem vertrauen. Wir gucken mal, ob wir hier noch sprechen können. Nein, wir kämpfen direkt. Ich hab keine Ahnung, wem wir trauen sollen. Das Buch kriegen wir jetzt vielleicht so oder so. Komm, wir kämpfen jetzt hier. Jetzt sind wir gerade hier. Was? Die kommt nicht an den dran. Aber in den. Gewand hat eine Körperkraft. Ich würde gerne einfach gerne mal sehen, wie es aussieht. Da können wir gar nicht. Warte. Stell dich mal hier hin. Ach, kann er auch nicht. Stell dich mal da hin. Wie soll man sich hier auch konzentrieren? Hm. So. Ach, komm schon. Jüngchen. Der hat gesessen. Hm. Der Misslinger. Wir brauchen unbedingt mehr Intuition oder was auch immer. Also, wo wir besser mit treffen. Boah, unsere Rom-Schützen ist echt nicht schlecht. Nein, jetzt haben wir uns falsch hingestellt, aber klappt auch so. Wir haben uns gerade kritisch getroffen mit den acht Schaden. Uiuiui. Wir haben übrigens nicht das Buch bekommen. Jetzt ist der Händler hier bestimmt weg, ne? Habt ihr eine Münze für mich? Mein Frettchen ist krank. Kommt. Gut, dann gucken wir mal, ob der Landstrecher was zu sagen hat. Mein Bruder ist tot. Wenn das wahr ist, dann gnade uns Boron. Dann gnade uns Boron. Dann haben wir vielleicht doch den Falschen erledigt. Ich bin immer noch... Tja, ich finde es immer noch schade, dass wir hier nicht richtig gehandelt haben. Na gut. Endlich wieder eine Straße. Reuchtige Echsen. Was ist denn da los? Ach, nicht immer. Er rettet die Kommandantin. Äh, äh. Wer von denen ist die Kommandantin? Die hier, ne? Alter Schwede. Wer ist er hier? Er ist hier hinten. Das ist der Hauptmann. Dann haben wir hier noch eine ganz andere Reihe von... ...keine aktivierbaren Objekte. Ah, guck mal hier. Das ist auch ein besonderer. Den machen wir erstmal im Kopf kürzer. Der Zauber trifft immer. Das ist geil. Boah, die machen Damage. So. Die Wachen sind hoffentlich relativ egal. Oh, diese Echsen, ne? Dreckiger Hund! Dieser bald... Ne, der ist jetzt dran. Ach, wir haben keine Zauberpunkte mehr. Boah, der Drecksack, ey. Verzaubert sind wir nicht. Rüstungsschutz. Misslingt natürlich. Ist vielleicht nicht so schlau jetzt hier diese Zauber zu verbraten, aber ich hätte echt nicht wenig Lust, die mal alle zu sehen und auszuprobieren. Irgendwann muss man sie ja mal benutzen, um einmal zu testen, einfach nur wie die sind. Die haben alle diese Sperre dabei, die Wurfsperre. Ach krass, die schlägt auch beim Vorbeilaufen. So, ist irgendwer... Guck mal hier, zum Beispiel unser Zwerg. Der kann die ganz gut gebrauchen. Ah, die sind eigentlich doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Hm. Der trifft. Oh, 35% habe ich nicht schnell... Da habe ich nicht genug aufgepasst, weil der nur noch 5 Leben hatte. 28% hat sie noch. Ich mag unsere Bogenschützen. Ah. Was machen wir? Ein paar Gegner beseitigen. Ja, der trifft auch. Komm, der trifft auch. Aber der trifft. Und du triffst auch. Nein, trifft er nicht. Nein, 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 nein. Ich bin so blöd. Oh, zum Glück ist das diesmal auch daneben gegangen. Auf ihn ist also Verlass. Wir haben keine Pfeile mehr. Ah, geil. Das hat die nach hinten geschoben. Was hat er denn hier für negative Stats dadurch? Initiative war es. Genau. Vielleicht sollten wir besser nicht mit dieser Frau reden. Verflucht. Firon soll diese Kröten heute in Eis einfrieren. Meine Männer. Meine Pferde. Ich frage mich, ob wir auch die Soldaten noch hätten retten können. Warum haben die Achas euch angegriffen? Das wissen die Dämonen. Irgendetwas hat die Echsen gegen uns aufgebracht. Sie wollen den goldenen Drachen den Boden bereiten. Ich war in meiner Sommerresidenz, als die Nachricht von ihrem Angriff auf Morbal eintraf. Morbal wird angegriffen? Von einer Übermacht dieser geschubbten Missgeburten. Wer seid ihr? Rallia Karaliere. Kommandantin von Morbal. Sehr erfreund. Glaube ich eher nicht so Zuberanz-Typ. Obwohl, man weiß ja nie. So, jetzt aber weiter. Wartet. Ihr seid eine sonderbare Runde. Was habt ihr vor? Hm. Das ist unsere Angelegenheit. So reden Diebe. Sprecht offen. Wir sind auf der Flucht oder wir müssen über die Grenze... Wir sind auf dem Weg nach Mengbilla. Mengbilla? Was auch immer ihr in dieser Prajus verlassenen Stadt wollt. Solange die Achas vor Morbal stehen, ist die Grenze unpassierbar. Genau. Und jetzt lasst uns weiterreisen. Augenblick. Kennen wir uns nicht Zwerg? Ich wüsste nicht. Ihr Menschenfrauen seht alle gleich aus. Doch, ich weiß. Der Brandstifter. Eine einmalige Flucht war das. Erstaunliche Leistung auf so kurzen Beinen. Reist ihr deshalb nach Süden? Ihr werdet gesucht, richtig? Fühlt euch im Horasreich nicht mehr recht wohl. Aber ihr habt mich vor den Echsen gerettet. Kämpft für mich in Morbal gegen das Gezücht. Und ich lasse euch über die Grenze. Mein Wort drauf. Dieses Wort nehmen wir gerne an. Huch. Und nach Morbal reisen wir erst in der nächsten Aufnahme. Ich mache für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch bei Blackguards, auch wenn da weniger Views sind. Es sind oder gemein ja nicht so viele. Hier noch weniger. Aber ist auch egal. Ist auch ein geiles Spiel. Mir macht es auch Spaß und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Wir haben ein bisschen AP gesammelt. Die können wir in der nächsten Woche ausgeben. Also, bis dann. Man sieht sie ich. Vielen Dank. Ichray noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.